Aber die erste Kerze brennt, wir haben hier alle die Lampe an, die Weihnachtszeit ist da, die Weihnachtsmärkte schließen. Ja, sehr stimmungsvoll. Die Corona-Zahlen stagnieren, wir befinden uns vielleicht schon auf dem Kamm der vierten Welle. Traditionell kommt ja der Lockdown, wenn die Zahlen sinken, damit man nachher das Gefühl hat, es hat was gebracht. Ich fände es schön, wenn wir auch schon mal den Frühling- und den Herbst-Lockdown für die nächsten Jahre terminlich festlegen könnten. Vielleicht abgestimmt auf die Schulferien, dann kann man ein bisschen besser planen. Weihnachtsmärkte waren bisher ja gar nicht so sehr als Hotspots aufgefallen, zumal sie eben draußen stattfinden. Aber nach zwei Jahren Pandemie wird Politik immer noch von Tag zu Tag improvisiert, gehandelt wird nach Erregungslage. Und in der neuen Region brauchte man auch erstmal Bedenkzeit, weil man von dieser Corona-Sache offenbar völlig überrascht wurde. In der Politik sind ja immer alle überrascht. Was wollte ich sagen? Ich halte die Bevölkerung, die Versorgung der Bevölkerung mit Glühwein, halte ich, für die einzig gangbare Perspektive. Weil man hält das ohne gar nicht mehr aus. Also ich nicht. Also ich glaube, ja. Ich glaube ja, ein Virus geht nicht auf den Weihnachtsmarkt. Aus gutem Grund, wenn so ein Virus sieht, wie ein Weihnachtsmann mit Sinf am Bart in die Tonne mit all den Wurstpappedeckeln kotzt, Und da geht das Virus wieder auf die Tiere über, weil es da zivilisiert herzugeht.